...entwickelt sich ganz ischkoche. Es wird sich im Vergleich mit allen anderen Ländern und den Entflüssen, die wir hier befinden. Jo? Ah, ihr seid rein ganz schnell. Der Kitzer redet ja, aber weniger wie man wollte. Und er redet, wenige wegen Kloger der Gemeinschaft und Jüdisch, und wer wegen Hebräisch ist schön, der Umgangssprache und der Sprache. Er geht auch bei Sachen mehr aufmerken, dass man Hebräisch wie es ist Jüdisch, weil Jüdisch ist eine Bekannte Maisung, es geht unter dort, man drückt sich allein, man klärt sich die Kinder, aber es ist Hebräisch, es ist ihm interessant, in etwa der Eifung. Sie hat der Gewalt, dass sich etwas auslernen, auslernen, lernen etwas, uns zurückzubringen, in dem Gulus, wie er so zu schaffen, eine jüdische, nicht eine jüdische Medina, sondern ein jüdisch mein Leben. Sie sind sicher. Er redet ja wegen dem. Er redet ja wegen dem. Er redet nicht wegen, nicht wegen dem Tod, aber man kann sagen, also mit der Jüd, zwei später, man hat ein Gebäude hinter Wilna, der Territorialist, Aster und seinen Freihandliger Freien, hat ein Gebäude hinter Wilna, soll ich sagen, ein Gebäude. Was schreibt es in Herrschaften, Herrschaften, er verschwundenen Gestalten, aber was darfst du mir? Ja. Ich weiß nicht, ihr seid schon die Säder, was auch gefragt, weil natürlich, es wird nicht wissen, weil er geht schafer in jüdisch, aber sie waren, auf viele Wesen, kamen nicht an die Territorialisten, gewähnt zwischen den jüdischen, in die er johann ist, er selber für seinen Gewohnen, von Volkisten, Territorialisten, die Tertuzen, oh, du wirst du wisst, wie es okay ist? Aber es gibt auch die Kibbutzai Ha-G-Shara, ich möchte, dass es viele viele Arme hier und die 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 Aber derweiler, was wir sehen nachher auch, wir können nicht sagen, sollen wir machen genau das Amin anstab. Aber sie waren noch so mit dem Wesach im Ganzen nicht. Ich habe es nicht zu sagen, Jüdisch ist auch nicht so viel wegen Jüdisch, weil ich habe es auch schon irgendwie interessant, was man hat aufgebäucht mit Hebräisch. Und dazu, in 1935, hat es, wie kann es bei uns denn, die Tragödie von Jüdisch in Europa. Man hat gemeint, dass es, wie kann es mit der Zeit 1, 2 Millionen Jüdisch in Eretz-Jisrael sein, aber doch, wo man gemeint, dass Jüdisch lebt bei ihnen. Ich weiß nicht, wo, ah, ich habe auch eine Frage. Es ist nicht so, dass wir, wo wir uns von Weinreich, wo man nicht gedacht hat, gerade gesagt, wegen Jüdisch in Eretz-Jisrael. Einer von sie, wo es, wie es so ziemlich wie, wie es so ziemlich wie, ist es ihnen mehr interessant, als die Fahnen-Wenn-Fanen von den Eretz, ich meine, das ist absolut richtig. Es ist auch mehr interessant zu ihnen. Wegen Jüdisch wusstet er zu sagen. Es ist so, er macht eine interessante Frage. Er vergleicht das mit Amerika, Jüdisch in Amerika. Er sagt, es geht unter Rache Duden, aber Duden hat mir eine größere Interesse. Ja, wo sie sagen will. Aber ich meine, das ist so richtig. Wegen, sie hat nicht gehört, wegen dem, weil er sicher in der Zukunft von Jüdisch in Kohl ist, das weiß ich nicht. Ich meine, das Weinreich, ein Daffgrafenssmach von die, von die Jugendhilfe Biografie, ist so noch, wo es auch kein Zehner um sich. Er hat gesehen, als tiefere Polemisation zwischen Jüdisch in Miserropa, nicht gemacht, kein Chlore, der er will, so etwas zurückzukommen. Ich wollte sagen, das Weinreich war inzwischen die größere Pessimistin in den Kreisen, oder bis die 30 Jahre. Das heißt nicht, dass er untergegeben hat. Aber das Interessante war schon, dass nachdem, was er hat verloren, was man gegeben hat, den Binnen von unter ihm. Dachs hat mir also nicht weiter geprüft, zu schaffen eine neue Bewegung. Nicht, was auch anbleiben zu werden, heilig mit Kindern. Aber Khalil, aber dacht sich mir, als er auch nicht gehabt hat, er ist Bechlamisch gemeint, sicher in der ganzen jüdischen Zukunft. Insofern ist es mir interessant. Es ist eine gewähne Sache, dass haben wir geglaubt, wenn wir uns schlimmer in dem oder jenem Gläubig und wussten Sie zufrieden. Es war ein bloßes, stürmischer Wind, wir waren in Gerangel, es wird vor den 20 Jahren, das wird vorgekommen, jetzt wird das. Weinreich haben es nicht gemeint, zwischen sie. Und in meinen nächsten Geforschlägen, es wird sehr interessant, ich kann auch nicht so machen, wo es ein Not zu haben, sondern auch interessant. Die, die es oben nicht gehabt haben, gibt es weitere Ideen, was haben wir gemeint. Vielleicht habe ich gehalten, dass ich dadurch übertraten, dass wir es früher gemeint haben. Vielleicht weiß ich nicht, was wir vorgekommen. Und man darf eigentlich nur suchen, weil meistens haben wir raus, es gibt ein Partei-Journalen. Es gibt ein Partei-Journalen, es gibt ein Partei-Journalen, es gibt keine Frage, es gibt einfach das. Das ist mir interessant, zum Teil, was das Abend am Morgen sagt, also anschließend, was Weinreich so schreiben. Es kostet sich auch so, es ist ein Morgen, das man versteht, wenn man auch das besser verstehen, Weinreich im Kontext, wenn Weinreich's Arbeit, nur gut, aber ich mache wegen Wien. Ich gewinne kein Wienist, aber es ist interessant, es gibt aber so viel Zeit, mir und was er sagt, aufgeregt. Aber man kann auch kein, man kann auch kein Kriegen, bezorgen vorwärtsen, aber wegmachen mit der Hand. Ja, es ist interessant, was er geht mit der Verneut. Er hat am Morgen geredet, mit Heuven, auf der Gass, auf Englisch. Ah, scheudel, mit der Hand. Es ist ein Schreiber, das ist ein Schreiber, das ist ein Schreiber, das ist ein Schreiber. Er hat am Morgen in Seguro nicht, nicht im Pirakon, auch nicht im Kienlisch. Man darf Gedenken, das ist ein Schreiber, das ist ein Schreiber, das ist ein Schreiber, was geht es dem, und er sagt, oh, es ist ein interessanter Schreiber, aber, aber von der anderen Seite, er hat auch nicht mehr kein hebräischer Schreiber, er gibt es nicht, geht es auch an mit der Literatur. Er hat am Morgen vorbeigehen, die Kass, in die Kreise, wo man es Taki, auf der Hebräist, ist Bialik, und Jallag, und Scherachowski, ein MSM-Lebedecker Kreuz. Das war es, ich habe uns gesucht, Tscherachowski, und ich habe zuvor gesagt, ich bin ein Jiddischist, mit Wilmen, aber hollerei, ich wollte keine Zeit, ich bin auf der Wand, bei dem Schuss, aber es darf sich also, und ich wollte, ich probiere es zu verstehen, besser von Ihnen wenig, von der Erdnis-Roll-Seite, wenn man eine Jürge will, weil er hat er macht, in gewissen Tieten, gewissen, es sind, ein MSM-Menschen, sind nicht Tieten, immer so ausgeschlagen. Und man kann auch jetzt sehen, dass der Heim in Wilmen, Trotto-Charlie, in Huxich, und einer von seinen Sicherungen ist das Weinreich, der Punkt, der Charlie begann, den Weinreich kommt zurück, der schweigendige Weinreich kommt zurück, mit seinen schweigenden, tschäscher, kathische Schmeichel, und von seinen Vorrenner in Israel, und schabelt sich nach Haim-Urmian, wo es später gewesen, ein sehr wichtiger Dezieher, in Medina in Israel. Er machte alle Ascheinze, in 1931, und die Krogung ist auf das auf die Israel-Premiefe, auf der Dezierung, in Zibetze-Kirung, gewesen ein wichtiger Dezieher, in Lodsch. His Weinreich Havertzicht was mentioned, was Charlie. Was hat sich gehavertet sein? Sheva? Jo, Jo. First thing. Hirschbein, Hirschbein, of Toshu. Ja, ja, das habe ich noch gehabt, im Sinne zu vergleichen, direkt nach Meisels Reise. Das ist eine Sache, wenige interessanten Sachen sind in Ordnung, kommt er so ein Modener politisch, er steht noch mehr, Meisels ist so pro-Kibbutzisch und pro-Sienistisch, ich will jetzt zu verstehen, das ist eine selbe Name mit Meisels, wo es heute gekämpft mit Leiden, den farinischen Bauschen, und er, und interessant wegen dem ist, dass er schreit in die erste Kaddeutschen von der arabischen Mariette, und er schreit dort in Spät 36, weil er selbst schießt auf die Kibbutz der Kissel, und wie sie Proven zu organisieren haben, und er sagt weiter. Nur von der anderen Seite, hat er sehr wenigstens so, wegen dem, wo es der Spiegel dort wegen Jeden in dieser Hierarche. Interessant ist Meisels, behandelt politische Beziehungen zwischen Jeden und Arabe, er interessiert sich was von Israel, aber er hat Israel in Lachad und in dem Buch ganz. Scherz Weinreich, mischt sie nicht der Kiel, wer es mal interessiert ist, wie die zwei angehendige Geschichten, es sparen nicht einer an der zweiten. Herzlichen Dank eigentlich. Vielen Dank. day x x x x Vielen Dank.